Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Let's Play von mir, Skull, und zusammen mit Schottie. Hallo! Du weißt, du machst mir Schaden. Oh. Ich hab nur noch 75 HP. Dann schlag auch mal mit der Crowbar auf mich drauf. Nein, danke. Der Klügere gibt nach. So, wie man hier sehen kann, Hell Prison heißt die Karte. Und ja, mal gucken wie es wird. Ich bin natürlich wieder der Mutige. Schottie wollte, dass wir zusammen zocken. Deswegen. Jo, und dann beginnen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, sie wird nicht so gruselig. Ähm, okay. Warte, wir gucken uns erst mal das hier an. Warte, warte, warte. Erst mal komplett hier lesen. Story. Ach Leute, lest euch selber durch, wenn ihr das Englisch mächtig seid. Ich hab jetzt keine Lust, das alles zu übersetzen. Zumindest an sich, gruselige Story. So viel sag ich jetzt. Ja, das haben wir. Also Gaby Sorum Game Mode. Das haben wir uns runtergeladen im Workshop. Und Warnung. Ja, Jumpscares. Laute Geräusche. Äh. 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 Okay. Ach so, aus dem Schrei gehört? Ja. Okay. Okay. Thanks for playing. Okay? Das war ein langes Let's Play. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Gut. Wo bist du hin? Nein. Nein. Ich steck in dir und du steckst grad auf mir. Ach so, oh, zum Glück. So. Oh. 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 Josh Mike was hier. Hallo Josh Mike. So, hier ist Knopf. Geht's dicht an? Okay, es geht nicht. Schade. Okay, dann gehe ich mal vor. Doch, ein bisschen geht an. Ich guck. Ah, hier sind über Buchstaben. Okay. Ah. Der Tod wartet hinter der Tür. Versuch nicht, es zu entriegeln, die Tür. Okay. Wir müssen jetzt hier was eingeben. Also, zwei ist A, oder? Ne, eins ist A. Okay, sag du einfach an. Ich werde's eingeben. Eins. A, zwei E, drei U, ähm, vier Y, fünf GE, und sechs A. Okay, das war nichts. Dann wechseln wir. Dann geh du mal jetzt da ran. Wenn ich das jetzt mal versuchen. Okay. Also, eins ist A. Zwei E. Ich glaube ein U. H. 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 Y. Ah, ne. Ich hab'n Fehler gemacht. Okay, kannst du gleich löschen. Ah, hier oben ist auch noch ein Code. Zwo, sechs, vier, eins. Den brauchen wir wahrscheinlich später. Okay. Ach, dann. Ah, so. Ah, jajajaja. Jetzt hab' ich's auch. Jetzt hab' ich's auch. Das. Ja, okay. Also mit zwei sollen wir beginnen. E. E. Dann die sechs ist G. E. Okay, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Kannst du nochmal löschen. Fängt da richtig gut an. Also E. H. Y. A. Okay. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert jetzt zum Anfang. Aber das schaffen wir. Ja. Er ist ein wenig in den Augen. Verschwindet. Es hat Hunger. Okay. Ja. Okay. Ja. Was nicht viel passiert. Guck mal, I'm Watson. I'm watching you. I'm watching you. Okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, Leute, nein. Oh, Leute, nein. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Okay. Ich hab mich zum Glück nicht erschrocken. Ja, ich hab da draufgedrückt. Zuerst ist nichts passiert. Da war was. Ja, hier ist Munition. Okay, sorry, ich hab jetzt alles geklaut. Ist egal. Also Shotgun Moon, dann steht... Okay. Okay. Hier. Ich weiß es nicht. Hast du das auch gerade gesehen? Da, das war irgendein Jumpscare. Ey, ich hab mich gerade so erschrocken. Ich hab einfach alles gedrückt. Spawn-Menü, alles. Okay, das war übel. Ich hab jetzt Grave... Was ist das? Okay, so, jetzt ist es wieder richtig. Geh nicht raus. Es wird kommen. Okay. Da. Okay, Sperma. Läuft. Wahrscheinlich ist es nicht nur hungrig, sondern auch geil. Oh nein. Natürlich wurde vorher noch gesagt, wir sollen nicht rausgehen. Und natürlich müssen wir jetzt raus. Ja, also ich bin eigentlich auch dafür. Aber das wäre, glaube ich, sehr langweilig. Aber ich hab irgendwie keine Lust, Alter. Ich geh einfach hier am Rand lang und hoffe, dass nichts passiert. Hier oben kommt man leider nicht hin. Schade. Da ist was. Hörst du das? Der läuft nicht. Ja. Oh, oh, oh. Und Schlüssel. Die Musik, hörst du die? Komm mal her. Da hinten. Da hinten. Okay. Nimmst du den Schlüssel? Okay, du hast den Schlüssel. Okay, da war ja drin noch eine Tür, die wir nicht geöffnet, äh, die zugeschlossen war. Ich hoffe, dass es einfach nur so ein Sound ist und der nichts zu bedeuten hat. Okay. Ich auch. Was ist denn da? Ich weiß es. Was ist denn? Okay, die Tür ist offen. Warte, warte, warte. Okay. Voll den versteckten, äh, Schritten? Okay. Alleine. Vertraue keinem. Also soll ich dir jetzt einen Headshot geben und dann einfach alleine gehen, oder was? Ähm, aber wohin? Voll den versteckten Schritten. Okay. 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 Also bei mir sieht man nichts. Also ich sehe nichts. Na, gehen wir mal zurück. Also wieder, äh, ne, im Gang, der so einladend war. Boah, die Musik. Hier ist Knopf. Ich drück ihn mal. Boah, Licht, super. Eine gute Sache. Boah. Boah. Ja, das war ein Zug. Alter. Da drüben ist was. In der Mitte. Ich glaube, ein Magnetostik. Hier ist Moon, wenn du brauchst. Da in der Ecke. Oh, ne, das sieht irgendwie gar nicht einladend aus. Vor allem so in der Mitte ist so ein Pettagramm. Wo ich gerade bin. Ja, hier ist ein schönes Pettagramm drin. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich laufe, die Feuerwehr. Ach, du, ach, du. Geh raus, geh weg, geh weg, geh weg. Geh raus, weg, 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 weg. äh, Magnetostick hab ich ja, hier ah ne, das glaub ich hier, damit kann ich ähm, okay ich weiß ja nicht, dass er das so effektiv ist wo bist du jetzt hier? ah, das ist gut ja, also es ist, äh, hier so ein Schockstab ja, genau der extrem viel Schaden macht und Leute, wenn ihr die Map nachspielt, probiert ihn einfach nicht an eure Mitspielern aus man hat grad gesehen, was passiert so ah, hier ist ein Haufen oh ne, das ist nochmal so ein Teil ah, ich hab jetzt Rüstung ja, genau du musst es, äh, du musst es zerstören äh, es ist zu spät, um, äh, zurück zu gehen wo bist du? wo bist du? ja, ich seh dich da nimmt das für dich, genau es zerstören, aber was ist es? ok ja, ich hab's auch gesehen bestimmt so ein eigener Monster aus dem Wetter so das Marryville, äh, Prison der erste Platz für dich der erste Platz für dich ne also bei dir nicht oder geh du auch nochmal davor? ne bei mir funktioniert alles, ok na, geh mal zurück oder ja, so äh ich rieche deine Angst fütter mich, ok oh nein das sieht richtig einladend aus und nicht wie in der Falle wo bist du dran? ja ich seh nichts ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe ich bin tot ja, ok, geh da nicht rein am besten ja ich wollte jetzt natürlich nur den Zuschauern zeigen, wie du es am besten nicht machen solltest oh, hier geht's in den Keller, super es ist sehr einladend es ist sehr einladend ok 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 in welchem? da wo du ... äh, gerade eben da gestorben Da war, glaube ich, ne 3 drin, ne? Ja, 3, äh, 0, 3. Wo bist du denn jetzt? Nein, da bin ich doch gar nicht hier, andere Seite. Okay. So kann man seine Mun auch sinnlos verschwenden. Ah, guck mal, hier, hier. Sieht man den Raum, den wir vorhin gesehen haben. Hier mit I'm watching you. 71. Also 71, 0, 3. Ich gebe mal ein, vielleicht reicht das. Okay, es reicht nicht. Also müssen wir doch in den Keller leider. Oh, das Wasser ist super. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ey, das war so übel. Okay. Okay, hier haben wir wieder die Qual der Wahl. Ich würde sagen, gehen wir erst zu links rein. Hier links rein. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt außer der Map, okay. Ich habe ausgesehen. Alter. Das sah aus wie Bloody Mary oder so. Geh mal hier hin. Schauen wir mal die Munition auf. Okay. Hast du das auch gesehen? Nein, das ist hier auf dem Weg gewesen. Das kann man nicht öffnen oder so. Das sieht aus wie eine Leichenhalle hier. Ja, bloß bis sie zu klein hier sind. Also wenn, dann müsste es hier so eine Leichenhalle für Zwerge sein. Ja. Okay. Oh mein Gott. Und wieder. Hast du es gesehen? Ich glaube ein Zombie. Zumindest hat sich so angehört. Ja. Da ist noch einer. Ich treffe den nicht. Ey, ist dir aufgefallen? Ah doch. Wir haben Fahrtenkreuz. Aber das sieht man fast an. Der kam gerade noch mal angekrabbelt. Hat sich den nicht umgebracht? Ach, ich auch. Ah, hier ist noch eine Zahl 25. Also 71, 25, 03. Das ist richtig einladend. Das ist richtig einladend. Das ist richtig einladend. Ja, da brauchen wir schon mit Keykarten oder so dafür. Ohne Kaffee, klar. Ja. Ja, Keykarten brauchen wir. Okay. Ja, ich glaube hier von links kam das. Ich geh mal hier hoch. Oh nein. Was? Okay. Oh, warum geht das denn an? Okay, das geht nicht. Okay, eine Leiche. Super.